Willkommen zurück auf meinem Kanal. Ferrari-Trick legal, wenn eine Bedingung erfüllt wird. Nachdem die Kühltasche an der Onboard-Kamera des Ferraris verboten wurde, hatte die Scuderia zum großen Preis von Singapur eine neue Methode am Boliden. Dieses Mal ist es ein Gerät, welches auf die Luftholze zur Kühlung der Airbox und Motorenteile positioniert wurde. Charlie Whiting erklärte diese Methode unter einer Bedingung für legal. Solange die Sicht der Onboard-Kamera nicht blockiert wird, sei alles in Ordnung. Was haltet ihr von Ferraris neuen Kameratrick? Meinungen wie immer in die Kommentare. Sauber verkündet bald zweiten Fahrer. Sauber wird bald den Teamkollegen von Kimi Reykönnen für 2019 bekannt geben. Laut der Aussage von Teamchef Vasseur sei ihre Liste für das Cockpit kurz. Dabei darf aber Ferrari laut dem Franzosen nicht entscheiden, wer es bekommt. Top-Kandidaten sind Ericsson und Giovinazzi. In den letzten Tagen habe man sich mit Reykönnen beschäftigt. Wie lange man den zukünftigen Teamkollegen des Finnen bindet, ist unbekannt. Wer könnte es eurer Meinung nach werden? Ericsson, Giovinazzi oder vielleicht doch jemand komplett anderes? Stimmt oben rechts in der Infokarte ab. Das war's mit den Formel 1 News. Sollte es euch gefallen haben, dann gebt dem Video einen Daumen nach oben und abonniert diesen Kanal, um keine meiner zukünftigen Videos zu verpassen. Wir sehen uns im nächsten Video. Ciao.